Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute Abend alle hier zur Vorstellung unseres neuesten Bandes aus der Reihe Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus herzlich begrüßen zu dürfen. Der erste Band im Jahre 2022 handelte von Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer. Der zweite Band von Ludger Fittkau befasste sich mit der Frauenrechtlerin Käthe Kern und dem 20. Juli 1944. Der dritte Band, richtig, im Jahr 2023 von Gerhard Hochhuth befasste sich mit Rose und Bodo Schlösinger und der Roten Kapelle. Und jetzt heute, der heutige Abend, ist der Band von Katja Ostheimer. Aber ich bitte euch um das Eime, schämt euch unser Nicht, Elisabeth Schumacher im Widerstand der Roten Kapelle. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich besonders freue, dass nicht nur Sie, liebe Gräfin Brockdorf, heute Abend bei uns sind, sondern auch Angehörige aus den Familien Molzahn und Gösch, also aus den Angehörigen von Kurt und Elisabeth Schumacher. Es ist eine große Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr schöne Sache, dass wir heute eine derartige Biografie vorstellen können. Ich weiß nicht, ob Sie beim Gang heute zur Gedenkstätte Deutscher Widerstand darauf geachtet haben, auf die großformatigen Frauenporträts an unserer Fassade. Und wenn Sie genau hingesehen haben, nun gut, auch selbst Sie so schlecht sehen wie ich, können es erkennen, ist da auch ein schönes, großes Porträt von Elisabeth Schumacher mit dabei. Und sie wird auch in unserer momentanen Sonderausstellung über Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus entsprechend gewürdigt. So, soweit als Vorrede. Und Sie wissen, Sie kommen bei mir nie ohne eine Viertel-Werbeminute weg. Der Vortrag heute Abend kann immer nur Appetit machen auf das Buch. Und das Buch können Sie im Anschluss an die Veranstaltung selbstverständlich auch bei uns unten am Zentralempfang zu einem günstigen Preis erwerben. Denken Sie dran, Weihnachten ist nicht mehr entfernt, der Trend zum Zweitbuch hält an und dieses Buch lohnt wirklich. Meine Damen und Herren, über Elisabeth und Kurt Schumacher werde ich Ihnen jetzt nichts erzählen, sondern das überlasse ich voller Freude Katja Ostheimer. 1969 in Leipzig geboren, Galvaniseurin mit Abitur in Leipzig. Sie studierte dann Verfahrens- und Umwelttechnik an den Hochschulen in Köthen und Bremerhaven. Und wie Sie die Einladung der Einladung entnehmen konnten, arbeitet sie heute im Fachdienst Natur und Umwelt bei der Stadtverwaltung in Neumünster. Sie haben sich einem spannenden Thema gewidmet. Sie haben sich mit großer Intensität diesem Thema gewidmet und insofern brauche ich mich mit meiner Vorrede gar nicht lange aufzuhalten, sondern darf Sie bitten, Frau Ostheimer zu uns über Elisabeth Schumacher zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich über so viel Interesse am Leben von Elisabeth Schumacher. Besonders begrüße ich natürlich den Neffen von Elisabeth Schumacher, Martin Molzahn, und den Neffen von der Schwester von Kurt Schumacher, Michael Gürsch. Also den Neffen von Kurt Schumacher, den Sohn von der Schwester von Kurt Schumacher. Schön, dass Sie da sind. Heute Abend möchte ich Sie auf den Lebensweg von Elisabeth Schumacher mitnehmen und dabei auf die Frage eingehen, die mich besonders beschäftigt hat. Was führte dazu, dass aus einer unpolitischen jungen Frau eine Nazi-Gegnerin wurde, die sich immer aktiver dem Nationalsozialismus entgegenstellte? Aber kurz zur Entstehungsgeschichte des Buches. Ende Oktober 2013 kam ich zum ersten Mal hierher in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ich hatte einige Monate vorher über die Rote Kapelle gelesen und der Name Elisabeth Schumacher war mir aufgefallen. Er war mir schon seit meiner Kindheit und Jugend vertraut, denn in meiner Heimatstadt Leipzig bin ich fast täglich durch die Elisabeth-Schumacher-Straße gegangen. Allerdings ohne zu wissen, wer diese Frau war. Nun konnte ich ihren Namen dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zuordnen. Ihre Lebensgeschichte begann mich zu interessieren. Allerdings fanden sich in der vorhandenen Literatur nur einige wenige Lebensdaten über sie und ihren Mann, mit dem sie gemeinsam im Widerstand aktiv war. Oft wurde sie sogar nur als Ehefrau des Bildhauers Kurt Schumacher bezeichnet. Ich wollte mehr erfahren und mir den Nachlass von Elisabeth Schumacher ansehen. Deshalb rief ich Hans Kopi in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand an. Seine Eltern Hans und Tilde Kopi gehörten ebenfalls zum Widerstandskreis der Roten Kapelle. Hans Kopi freute sich über mein Interesse und fand es überhaupt nicht seltsam, dass ich mir das einfach nur mal angucken wollte. Ich bin ja schließlich keine Historikerin und hatte auch nicht vor, ein Buch zu schreiben. Bei diesem ersten Besuch kopierte ich mir einige Briefe von Elisabeth Schumacher und war fasziniert. Mit der Transkription begann meine Recherche in den Originaldokumenten. Ich war vollkommen überrascht, wie viele Details sich aus dem Leben von Elisabeth Schumacher noch finden ließen. Auch in anderen Archiven wurde ich fündig. Gespräche mit Nachfahren von Verwandten und Freundinnen und Freunden von Elisabeth Schumacher vervollständigten die Lebensläufe. Und schließlich war es doch möglich, ihr Leben in einer Biografie zusammenzufassen. Also, Elisabeth Hohenemser wurde am 28. April 1904 in Darmstadt geboren. Ihr Vater Fritz Hohenemser stammte aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie in Frankfurt am Main. Ihre Mutter Rose Eckholt war als Tochter eines Oberförsters im Thüringer Wald aufgewachsen. Beide hatten einen evangelischen Glauben und erzogen ihre Kinder auch so. Die Familie siedelte kurz nach Elisabeths Geburt nach Straßburg über, wo der Vater als Elektroingenieur bei der AEG angestellt war. Die Familie führte ein finanziell sorgloses Leben und Elisabeth hatte eine glückliche Kindheit. Doch mit Beginn des Ersten Weltkrieges war die unbeschwerte Zeit zu Ende. Der Vater führte als Hauptmann ein Regiment an. Im Oktober 1914 erhielt er noch die Nachricht von der Geburt seines jüngsten Sohnes. Einige Tage danach fiel er bei einem Gefecht. Die Mutter zog mit ihren fünf Kindern nach Meiningen in die Nähe ihrer Familie. Sie musste die Kinder nun allein versorgen und erhielt nur eine kleine Witwenrente. Die Kinder litten sehr unter dem Verlust des Vaters und die Erziehung der fünf Kinder war für die Mutter nicht einfach. Elisabeth war diejenige, die früh Verantwortung übernahm und ihre Mutter bei der Erziehung unterstützte. Sie kümmerte sich um die jüngeren Geschwister, spielte mit ihnen, tröstete sie und munterte sie auf. Entspannung und Trost fand Elisabeth in der Musik. Sie sang wunderschön und nahm Klavierunterricht. Mit dem Jugendbund zog sie singend und Gitarre spielend in die Natur. Elisabeth Hohenemser war eine gute Schülerin und hätte gern Abitur gemacht. Doch sie musste möglichst schnell einen Beruf erlernen, mit dem sie Geld verdienen konnte. Da sie sehr gut zeichnete, sollte sie eine Ausbildung im Kunstgewerbe absolvieren. Elisabeth Hohenemser begann noch 16-jährig im Frühjahr 1921 eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Offenbach. Die große und weit verzweigte Familie der Hohenemsers bot Elisabeth ein neues Zuhause in Frankfurt am Main und gab ihr Rückhalt in allen Lebenslagen. Die Onkel Moritz und Emil Hohenemser bezahlten die Ausbildung, bei Onkel Paul und Tante Meta Hohenemser konnte sie wohnen. Elisabeth schrieb in ihren Frankfurter Jahren wöchentlich an ihre Mutter und die Geschwister in Meiningen. Es sind originelle und lebendige Briefe, aus einigen Briefen wird im Buch zitiert. Die Kunstgewerbeschule Offenbach arbeitete eng mit den Betrieben aus Offenbach zusammen, sodass die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Aufgaben erhielten. Von Elisabeth Hohenemser zum Beispiel ist der Entwurf für eine Seifenverpackung erhalten geblieben. Fast zwei Jahre lang musste Elisabeth Hohenemser die Ausbildung unterbrechen. Die Weltwirtschaftskrise 1923 traf auch die Familie Hohenemser und so konnten die Onkel das Schulgeld nicht mehr aufbringen. Onkel Moritz Hohenemser organisierte für sie eine Anstellung im familieneigenen Bankhaus. Das erleitete. Sie willigte ein, aber sie hasste die Arbeit in der Bank, die so ganz im Gegensatz zu ihrer Ausbildung stand, denn im Bankgewerbe war ihre Kreativität nicht gefragt. Ihre Mutter schrieb sie im Oktober 1923. Es gibt jetzt auch immer morgens so viel zu tun, dass man nicht aufgucken kann. Wenig schöne, öde Arbeit. Morgens Staffeln. Nachmittags Devisenabrechnung. Seid alle froh, dass ihr nicht zu wissen braucht, was das eigentlich alles ist. Das Staffeln, das ist die tagesgenaue Abrechnung der Zinsen, wünsche ich kaum dem ärgsten Bösewicht. Aber, und das ist typisch für Elisabeth Hohenemser, sie fand sich schnell mit der neuen Situation ab und versuchte, daraus Gutes für sich zu ziehen und sich weiterzuentwickeln. Sie war ein dankbarer und durch und durch optimistischer Mensch. Die aktuelle politische Lage erwähnte sie in den Briefen nur gelegentlich. 1923 äußerte sie sogar eine gewisse Sympathie für die Nationalsozialisten, denen sich ihr Bruder Hermann anschloss. Über seine Teilnahme am gescheiterten Hitlerputsch in München am 9. November 1923 schrieb sie in einem Brief. Im innersten Herzen freue ich mich richtig darüber, ebenso wie ich mich doch auch über die leider so arg verfrühten und daher so verfehlten Geschichten in Bayern freute, aus dem einen Grund, dass man darüber erkennen kann, dass doch noch überall wallendes, brausendes Blut unter der scheinbar so toten, schlaffen Oberfläche pulsiert. Heil und Sieg, Hermann. Aber stellen Sie sich Elisabeth Thon-Emser bitte nicht als glühende Nationalsozialistin vor. Sie war in erster Linie eine junge Frau, die sich wenig für Politik interessierte und auf diesem Gebiet schnell und unreflektiert die Meinungen anderer Menschen übernahm. Beruflich wollte sie sich weiterentwickeln und noch einmal studieren. 1928 zog die 24-Jährige in die Metropole Berlin und begann ein Studium der Gebrauchskrafik an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst und begegnete dort einem blonden, gutaussehenden jungen Mann, in den sie sich verliebte. Es war der angehende Bildhauer Kurt Schumacher. Er war sportlich und abenteuerlustig, bestieg mit Pickel und Steigeisen alpine Gipfel und nahm Elisabeth zu Klettertouren ins Elbsandsteingebirge mit. Kurt Schumacher war kein exaltierter Künstler, sondern ein junger Mann, der hart arbeiten musste, um das Studium zu finanzieren. Bereits mit 14 Jahren hatte er die Schule verlassen und eine Ausbildung als Holzschnitzer begonnen. Kurt Schumacher war ein sehr gewandter und vielseitiger Bildhauer, dessen Arbeiten große Beachtung fanden. Elisabeth Hohenemser war häufig bei der Familie Schumacher zu Gast, denn Kurt wohnte noch bei seinen Eltern. Sie fand hier eine herzliche Aufnahme und verstand sich auch mit der Kleinschwester Toni sehr gut. Kurz Vater Wilhelm Schumacher war gelernter Schneider und arbeitete als Gewerkschaftssekretär beim Deutschen Bekleidungsarbeiterverband. Er war Mitglied der KPD gewesen. Die KPD hatte ihn aber ausgeschlossen, weil er eine abweichende Meinung von der Gewerkschaftsfrage vertrat. Bei den Schumachers waren Diskussionen über tagespolitische Ereignisse, über das in den Zeitungen Gelesene an der Tagesordnung. Für Kurt Schumacher war das ein Alltag, der ihn sehr prägte. Für Elisabeth Hohenemser hingegen, Sie ahnen es, öffnete sich eine neue Welt, die so ganz anders war als ihre bisherige, auf die sie sich aber gern einließ. Kurt Schumacher versuchte zielstrebig, seine geringe Schulbildung auszugleichen. Geprägt durch seinen Vater, beschäftigte er sich mit den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels. Sich einer Parteidoktrin unterwerfen zu müssen, schien für ihn nach den schlechten Erfahrungen seines Vaters keine Option zu sein. Elisabeth Hohenemser wollte gern in der Nähe von Kurt Schumacher in Tempelhof wohnen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Gertrud, die ebenfalls an den Vereinigten Staatsschulen studierte, suchte sie Zimmer zur Untermiete. Der Freund von Gertrud, der Cellist Alexander Molzahn, hängte sich an die Suche an und die drei fanden im Januar 1932 tatsächlich drei Zimmer in einem kleinen Häuschen zur Untermiete. Die drei jungen Leute waren hoch zufrieden. Sie hatten eine ganze Etage im Haus für sich allein in einer ruhigen Wohngegend. Kurt Schumacher kam häufig zu Besuch. Von der freundlichen und Patentenvermieterin waren alle ganz begeistert. Es war eine perfekte WG. Doch nach einem halben Jahr erhielten die drei die Kündigung aus politischen Gründen. Was war passiert? Am 31. Juli 1932 sollten Wahlen für den neuen Reichstag stattfinden. Mit großem Aufwand warb die NSDAP um Wählerstimmen. Und es stellte sich heraus, dass ihre Vermieterin eine Anhängerin der Nazis war. Die WG wurde aufgefordert, die Hakenkreuzfahne aus dem Fenster zu hängen. Als diese sich weigerte, wurde ihnen die Kündigung ausgesprochen. In Gesprächen stellte sich heraus, dass das nicht Flacken nur der Anlass war und ihre Vermieterin bereits herausgefunden hatte, dass Elisabeth und Gertrud Hohenemser Halbjüdinnen waren und Kurt Schumacher und sein Vater als Kommunisten galten. Elisabeth Hohenemser war wie ihre Eltern und Geschwister getauft und konfirmiert. Doch es gab tatsächlich jüdische Vorfahren in der Familie Hohenemser. Ihre Großeltern hatten in einer Synagoge geheiratet, sich und ihre Kinder jedoch später taufen lassen. Die christliche Erziehung in ihrem Elternhaus hatte ihr bisher keinen Anlass gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Nun erfuhr sie zum ersten Mal aufgrund ihrer jüdischen Vorfahren eine Ablehnung und das schon im Jahr 1932. Die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Abstammung oder politischen Einstellung empfand sie als ungerecht und daraus resultierte ihre Opposition zum immer stärker werdenden Nationalsozialismus. Kurt Schumacher hatte diese Position bereits bezogen. Elisabeth Hohenemser lernte auch Freunde von Kurt Schumacher kennen. Dazu gehörte Harro Schulze-Beusen. Der Jurastudent interessierte sich seit frühester Jugend brennend für Politik. Von ihm ging eine natürliche Autorität aus und seine Begeisterungsfähigkeit riss andere mit. Dabei suchte er selbst noch nach einem eigenen politischen Standpunkt. Sein Ziel war es, junge Menschen aus verschiedenen politischen Lagern zur geistigen Auseinandersetzung zusammenzubringen. Eine Diskussionsplattform war die Zeitschrift Gegner, deren Herausgeber er wurde. Doch die Nationalsozialisten suchten keine geistige Auseinandersetzung. Sie wollten ihre politischen Gegner ausschalten. Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 wurden die persönlichen Freiheitsrechte eingeschränkt und Menschen konnten allein aufgrund ihrer politischen Einstellung in sogenannte Schutzhaft genommen werden. Harro Schulze-Beusen war der erste der Freunde von Elisabeth Hohenemser und Kurt Schumacher, der die Willkür des neuen Regimes zu spüren bekam. Ende April 1933 wurden die Redaktionsräume der Zeitschrift Gegner von einem SS-Sturm besetzt und Harro Schulze-Beusen und sein Mitarbeiter Henry R. Langer in ein frühes Konzentrationslager gebracht und waren dort der Gewalt der SA ausgesetzt. Dreimal mussten sie eine Gasse peitschenschlagender SA-Leute durchlaufen. Danach musste Harro Schulze-Beusen mit Ansehen, wie Henry R. Langer, der Jude war, von den SA-Leuten zu Tode geprügelt wurde. Der Mutter von Harro Schulze-Beusen gelang es, ihren Sohn freizubekommen. Auch der Vater von Kurt Schumacher wurde wenig später Opfer des NS-Terrors und in ein frühes Konzentrationslager verschleppt. Am 2. Mai 1933 besetzten SA, SS und Polizei in einer generalstabsmäßig geplanten Aktion im ganzen Land die Gewerkschaftshäuser. Die meisten Gewerkschaftsführer wurden festgenommen. Zu ihnen gehörte auch der Gewerkschaftssekretär Wilhelm Schumacher. Einige Tage nach seiner Festnahme wurde er freigelassen und kehrte als gebrochener Mann mit verfilzten Haaren und schmutzigen und zerrissenen Kleidern zu seiner Familie zurück, die ihn kaum wiedererkannte. Er war gesundheitlich schwer angeschlagen und nun auch arbeitslos. Elisabeth Hohen-Emser kannte jetzt zwei Menschen, die in ein frühes Konzentrationslager verschleppt und dort misshandelt worden waren. Sie war entsetzt über die Willkür und Brutalität der Nationalsozialisten. Man konnte seine Ansichten nicht mehr offen äußern, ohne sich in Lebensgefahr zu bringen. Im August 1934 heirateten Elisabeth Hohen-Emser und Kurt Schumacher. Trotz ihrer Unterschiede in Charakter und Herkunft ergänzten sie sich gut. Kurt Schumachers Schwester Toni beschrieb es so. Kurt brauchte einen gewissen Rhythmus für seine Arbeit und für sein inneres Leben und darum tat ihm Elisabeths Ruhe so gut. Es war gewissermaßen ein Gegensatz. Elisabeth hatte eine riesige Ruhe. Auf diese Ruhe konnte er sich verlassen, denn er war ein unruhiger Mensch. Nach der Hochzeit bezogen die beiden eine Wohnung im Hansakurse 2 in Tempelhof. Die kleine Wohnung richteten sie mit viel Geschick und künstlerischem Gefühl ein. Die klaren Formen erinnern an das Bauhaus. Beide hatten vor ihrer Hochzeit das Studium beendet. Elisabeth Schumacher hatte bereits während des Studiums im Deutschen Arbeitsschutzmuseum gearbeitet, um sich Geld für das Studium zu verdienen. Das Deutsche Arbeitsschutzmuseum in Berlin war eine Institution, die in verschiedenen Ausstellungen über die Vermeidung von Unfällen im Arbeitsleben aufklärte. Elisabeth Schumacher entwarf Werbeplakate für das Museum und beschriftete die Exponate. Das Deutsche Arbeitsschutzmuseum klärte die Bevölkerung auch über die richtige Gesundheitsvorsorge auf. Elisabeth Schumacher gestaltete zum Beispiel eine Anleitung für Mütter zum Stillen ihrer Säuglinge. Aufgrund ihrer jüdischen Vorfahren wurde ihr eine feste Anstellung verweigert. Sie arbeitete aber freiberuflich für das Deutsche Arbeitsschutzmuseum. Kurt Schumacher baute sich 1935 sein eigenes Atelier in der Nähe der Wohnung und war nun freiberuflich als Bildhauer tätig. Er erhielt einige lukrative Aufträge, wie zum Beispiel die Gestaltung der Medaillons an der Schleusenbrücke in Berlin-Mitte. Sie sind dort heute noch zu sehen. Für ihn war es schwer, sich als Bildhauer dem Dienst der Nationalsozialisten zu verweigern und so nahm er auch verschiedene bildhauerische Aufträge für den Neubau von Kasernen an und fertigte auch das verhasste Hakenkreuz. In den nächsten Jahren unterstützte Elisabeth Schumacher ihren Mann immer mehr bei seiner Arbeit. Nicht nur bei organisatorischen Aufgaben, sondern auch bei der Ausführung der Arbeiten an sich. Nachgewiesen ist, dass sie an einem Tonrelief eines germanischen Dorfes gemeinsam gearbeitet haben. Sie fotografierte auch die Werke ihres Mannes. Auf diese Weise sind viele Arbeiten von Kurt Schumacher wenigstens fotografisch erhalten geblieben. Elisabeth und Kurt Schumacher hatten einen gemeinsamen Freundeskreis. Zu diesem zählte weiterhin Harro Schulze-Beusen. Hinzugekommen war seine Frau Libertas. Die Ärztin Elfriede Paul gehörte dazu und ihr Lebensgefährte Walter Küchenmeister. In den Kreis hinzu kamen der Schriftsteller und Dramaturg Günther Weisenborn, dessen Bücher im Mai 1933 von den Nazis mit verbrannt worden waren, sowie das junge Ehepaar Martha und Walter Husemann aus der kommunistischen Arbeiterklasse. Sie alle einte, dass sie Nazi-Gegnerinnen und Nazi-Gegner waren. Einige von ihnen waren bereits in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen, Walter Küchenmeister und Martha und Walter Husemann. Elisabeth und Kurt Schumacher erfuhren so von den Zuständen in den Konzentrationslagern. Gemeinsam unternahmen die Freundinnen und Freunde Ausflüge. Es wurde gesungen, gekocht, geschwommen und gemeinsam die Weltlage diskutiert. Meist waren sie mit dem Zelt unterwegs. 1937 fanden in der Wohnung der Schulze-Beusens gesellige Abende in größere Runde statt, True Fix genannt. Einer aus dieser Runde erinnerte sich später. Elisabeth Schumacher war von einer so glasklaren Freundlichkeit, von einer Mütterlichkeit und man spürte auch ihre künstlerische Seele. Sie hatte so wenig Damenhaftes, ohne dass sie plump oder deplatziert gewirkt hätte. Überhaupt nicht. Sie strahlte so etwas Selbstverständliches, Freundliches, Gesundes aus. Daneben Kurt Schumacher, dieser drahtige, zähe Bildhauer, der sehr viel Humor und auch Kauzigkeit hatte. Es war einfach schön, denen zu begegnen. Ihre Reaktionen auf die Erscheinungen des Gesellschaftsbildes in der Öffentlichkeit waren so etwas von spontan, hemmungslos und zutreffend. Das war aber alles auf privatem Boden. Es war natürlich auch immer viel Witz und Fröhlichkeit in der Runde. Wir machten unsere Gags und Faxen. Für uns war das immer irgendwie Fasching. Es wurden herrliche Witze erzählt. Es gab ja ständig Witze in dieser Zeit. In der Öffentlichkeit gaben Elisabeth und Kurt Schumacher ihre Abscheu gegen die Nationalsozialisten nicht preis. Sie hatten sogar eine gewisse diebische Freude daran, sich unerkannt unter den Nazis zu bewegen. 1936 nahm Kurt Schumacher einen Auftrag für Hermann Göring an. Für dessen Waldhof Karin Hall wurden Möbel, Fenster und Türen maßgefertigt. Kurt Schumacher schnitzte ein Nibelungenmotiv mit behelmten Reitern in eine massive Tür aus Holz. Elisabeth und Kurt Schumacher fuhren gemeinsam nach Karin Hall, um die Tür einzubauen und zu fotografieren. Sie nahm es mit Humor, dass Hermann Göring nicht wusste, dass diese Tür von einem seiner erbittertsten Gegner hergestellt worden war und dieser sich unerkannt in Karin Hall aufhalten konnte. Im Sommer 1939 wurden Elisabeth und Kurt Schumacher um Hilfe für einen Verfolgten gebeten. Es war der Gewerkschafter Rudolf Bergtl, der aus dem KZ Aschendorfer Moor im Emsland geflohen war und sich bis Berlin durchgeschlagen hatte. Er konnte in Kurt's Bildhaueratelier wohnen und wurde von Elisabeth Schumacher mit Essen und Kleidung versorgt. Während er sich bei den Schumachers erholte, wurde seine Flucht in die Schweiz vorbereitet. Kurt Schumacher, er war ja ein geübter Bergsteiger, sollte ihn in den Alpen über die grüne Grenze in die Schweiz führen. Am Abend des 14. August 1939 brachen Kurt Schumacher und Rudolf Bergtl von Elisabeth mit Rucksack, Stock und Gamsbart Hütchen als Bergsteiger ausstaffiert zum Anhalter Bahnhof auf. Sie passierten dabei Plakate, auf denen nach Rudolf Bergtl gefahndet wurde. Die Zugfahrt und die nächsten Tage in den Bergen waren aufregend, aber Kurt Schumacher konnte Rudolf Bergtl zu einem Gebirgspass an der Grenze zur Schweiz, dem Schweizer Tor, geleiten. Von da aus stieg Rudolf Bergtl in die sichere Schweiz ab. Wenige Tage nachdem Kurt Schumacher wieder in Berlin eintraf, begann das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg. Das Deutsche Reich besetzte in den nächsten Jahren waren völkerrechtswidrig mehrere Länder und führte ein gewalttätiges Besatzungsregime. Immer mehr Männer wurden zur Wehrmacht einberufen. Elisabeth Schumacher schrieb ihrer Schwester im Mai 1941, wie deprimiert und verzweifelt sie war. Ein schrecklich energieloser Mensch bin ich, denke so viel, so heftig in Liebe und Sorge an dich und meine, dir nah zu sein, ohne Worte, ohne Gegenwart. Aber zum Schreiben mich aufzuraffen, brachte ich seither nicht fertig. Lediglich an Fritz, das ist der kleine Bruder, der bei der Wehrmacht war, habe ich endlich geschrieben. Das Nichtschreiben betrifft nicht nur dich, es betrifft alle und alles. Jetzt geht die Sorge um die einfache Existenz aller Lieben wieder los und dieser Krieg nimmt immer wahnwitzigere Formen an. Was Elisabeth Schumacher in diesen Jahren ebenfalls sehr bewegte, war die Verfolgung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Ihre Tanten und Onkel aus der Familie Hohenemser, von denen sie besonders in der Frankfurter Zeit so viel Unterstützung erhalten hatte, galten nun als Volljuden und kamen immer mehr in Bedrängnis und zunehmend auch in Lebensgefahr. Das Verfolgungsschicksal der Familie Hohenemser ist im Buch ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation reicht von der finanziellen Enteignung über die erzwungene Umsiedlung in sogenannte Judenhäuser bis zur Deportation und den Tod, oft durch Suizid, um einer Deportation zu entgehen. Elisabeth Schumacher war in großer Sorge um ihre Familienangehörigen und versuchte sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. Auch das gehört zum Widerstand und auch das bestärkte sie im Widerstand. Im Juni 1941 wurde Kurt Schumacher zur Wehrmacht einberufen. Er wurde einem Landesschützenbataillon zugeteilt und musste in der Stadt Posen französische Kriegsgefangene bewachen. Die deutschen Besatzer gestalteten das polnische Gebiet nach ihren Vorstellungen. Für Volksdeutsche sollte neuer Lebensraum geschaffen werden. Dafür wurden Polinnen und Polen in Konzentrations- und Arbeitslager deportiert. Auch die in ihrer Heimat verbliebene polnische Bevölkerung lebte unter denkbar schlechten Bedingungen. Deren Schicksal sah auch Elisabeth Schumacher, als sie ihren Mann in Posen besuchte. Von voller Mitgefühl für diese Menschen schrieb sie ihrer Schwester. Es gibt hier auch entsetzlich viel Trostlosigkeit und Elend auf Schritt und Tritt. Kurt Schumacher musste als Wehrmachtssoldat Deportationen beaufsichtigen. Anfang Juli 1941 schrieb er seiner Frau Ich habe drei der schlimmsten Tage hinter mir, bei denen mir oft die Luft wegblieb. Am dritten meldete ich mich krank. Er versuchte, eine alte Knieverletzung vorzuschieben, um vom Dienst befreit zu werden. Doch der Truppenarzt drohte mit einer Anzeige. Die Wehrmacht ging mit größter Härte gegen sogenannte Trückeberger vor und Kurt Schumacher lenkte ein. Kurt Schumacher litt in Posen sehr und schrieb seiner Frau sehnsuchtsvolle Briefe. Im Juli 1941 hieß es in einem Brief Liebste, hier büße ich alle meine Sünden ab und habe öfters schreckliche Heimwehanfälle nach dir. Dein liebes, geliebtes, freundliches Lächeln fehlt mir so und auch sonst. Das fürchterlichste ist das völlige Abgeschnittensein und du ahnst nicht, was mir deine Worte hier wirklich bedeuten. Und im gleichen Brief fragt er Was machen unsere Freunde? Das alles zu lesen ist jetzt das Schönste für mich. Ja, was machen die Freunde in Berlin? Während Kurt Schumacher abgeschnitten und unglücklich in Posen war, wurde das Wirken der Freunde im Widerstand immer konkreter. Der Freund, Harro Schulze-Beusen, hatte sich äußerlich gut an das neue Regime angepasst und arbeitete mittlerweile im Reichsluftfahrtministerium. Ein Nazi-Gegner war er immer noch. Im Reichsluftfahrtministerium hatte er erfahren, dass das Deutsche Reich einen Angriffskrieg auf die Sowjetunion vorbereitete. Allerdings hatten das Deutsche Reich und die Sowjetunion im August 1939 einen Nicht-Angriffspakt unterschrieben. Die Sowjetunion wählte sich also in Sicherheit. Ein Mann, der ebenfalls auf seiner Arbeitsstelle vom geplanten Angriffskrieg auf die Sowjetunion erfahren hatte, war Arvid Harnack, der im Reichswirtschaftsministerium arbeitete. Er und seine Frau Miltritt waren ebenfalls von einem Freundeskreis aus Hitler-Gegnerinnen und Gegnern umgeben. Beide Männer arbeiteten also an Schaltstellen der Macht und hatten in ihren Arbeitsstellen Zugang zu Informationen, die ihnen Aufschluss über die nächsten Schritte der NS-Führung gaben. Im Herbst 1940 hatten sich beide zu Gesprächen getroffen und arbeiteten seitdem zusammen. Arvid Harnack verfügte über gute Verbindungen zur sowjetischen Botschaft und über einen persönlichen Kontakt zu einem der Mitarbeiter, zu Alexander Korotkov. Arvid Harnack gab die gesammelten Informationen an Alexander Korotkov weiter. Dieser war außerdem ein Mitarbeiter des Auslandsnachrichtendienstes der Sowjetunion, des NKWD. Anfang April 1941 informierte er die Zentrale in Moskau darüber, dass der Angriff auf die Sowjetunion nun endgültig entschieden war und der Stab der Luftwaffe die Verkehrsknotenpunkte, Objekte und Orte für eine Bombardierung auf sowjetischem Territorium festgelegt hatte. Noch konnte Alexander Korotkov die Informationen selbst nach Moskau weiterleiten. Mit Kriegseintritt der Sowjetunion würden aber alle Mitarbeiter der Botschaft abgezogen werden. Der sowjetische Nachrichtendienst beauftragte ihn deshalb, in Berlin Voraussetzungen für einen Funkverkehr zu schaffen und darin war Elisabeth Schumacher involviert. Sie lernte Alexander Korotkov persönlich kennen. Im Frühjahr 1941 trafen sich Libertus Schulze-Beusen und Elisabeth Schumacher mit ihm in Marquardt an der Mole bei Potsdam. Dabei hatte Elisabeth Schumacher den Funkschlüssel erhalten. Am 21. Juni 1941, also einen Tag vor dem Überfall auf die Sowjetunion und damit sozusagen in letzter Sekunde, übergab Alexander Korotkov zwei Funkgeräte an die Gruppe. Eins nahm Hans Kopi in Empfang, der das Funken übernehmen sollte. Am 26. Juni 1941 sendete Harry Schulze-Beusen einen Probefunkspruch »Tausend Grüße allen Freunden«. Danach gingen beide Funkgeräte kaputt und es herrschte Funkstille. Als keine Funksprüche in Moskau ankamen, bat Alexander Korotkov den Nachrichtendienst der Roten Armee um Hilfe. Dieser funkte im August 1941 seinen Mann in Brüssel an und bat ihn, Kontakt mit der Gruppe in Berlin aufzunehmen. Dieser Funkspruch enthielt Namen, Adressen und Telefonnummern der Schulze-Beusens von Arvid Harnack und auch Elisabeths Name wurde genannt. Diesen Funkspruch fing die deutsche Abwehr ab und arbeitete mit Hochdruck an der Entschlüsselung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Namen hinter den kryptischen Zeichen hervorgeholt würden. Elisabeth Schumacher schwebte nun in großer Gefahr. Warum hatte sie sich dazu entschlossen, mitzuhelfen, die Sowjetunion vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht zu warnen? Es war sicherlich ihre Hilfsbereitschaft, für die sie so bekannt war. Sie tat es sicherlich auch als Vertretung für ihren Mann, der bei der Wehrmacht war. Aber vor allem war sie tief erschüttert über die Grausamkeit, mit der die Nationalsozialisten nun in Europa wüteten. Sie konnte es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, diesen Verbrechen tatenlos zuzusehen. Von den Verbindungen zur Sowjetunion wusste aber nur ein kleiner Teil des Widerstandsnetzwerkes. Etwa zeitgleich wurden vielfältige andere Aktionen geplant und durchgeführt und die Gruppe wurde immer größer. Denn der von Adolf Hitler als Blitzkrieg geplante Überfall auf die Sowjetunion wurde im Dezember 1941 kurz vor Moskau von der Roten Armee gestoppt. Der Krieg war an einem Wendepunkt angekommen. Der Freundeskreis um Harre-Schulze-Bäusen war optimistisch, die deutsche Bevölkerung wachrütteln zu können. Der Verlust vieler Männer, Väter, Söhne oder Brüder an der Front machte die Menschen vielleicht empfänglicher, den Nationalsozialismus nun mit anderen Augen zu sehen. In den nächsten Monaten wurden viele Flugblätter entworfen, vervielfältigt und verteilt. Bekannt ist, dass Elisabeth Schumacher auf jeden Fall bei der Verteilung der Flugblätter mitgeholfen hat. Sie brachte sie auch ihrem Mann nach Posen mit, der sie dort unter seinen Wehrmachtskameraden verteilte. Die Texte sind von großer Sprachgewalt und Eindringlichkeit. Journalisten und Dramaturgen haben daran mitgewirkt. Ein Flugblatt war ein fiktiver Brief an einen Polizeihauptmann, der an den Verbrechen im Osten beteiligt war. Zentraler Punkt ist die Begebenheit bei einer Erschießung, die einen der Mörder nicht mehr losließ und während der er einen Nervenzusammenbruch erlitt. Eine junge Mutter mit drei kleinen Kindern muss sich vor dem Erschießungskommando aufstellen. Ein Töchterchen läuft noch einmal zurück, holt ihre Puppe und setzt diese neben sich auf die Erde, ebenfalls zum Erschießen bereit. Eine Aktion erregte im Mai 1942 großes Aufsehen. Es war der Protest gegen die antisowjetische Propaganda Ausstellung Das Naziparadies im Berliner Lustgarten. Den Titel hatten die Nationalsozialisten zynisch gewählt, denn den Besucherinnen und Besuchern wurde gezeigt, dass die Menschen in der Sowjetunion angeblich in dreckigen Erdhöhlen hausten, zerlumpt und mit dumpfen Gesichtern. Es wurde suggeriert, dass der Überfall auf die Sowjetunion eine Befreiungstat für die dort lebende Bevölkerung darstellte. Eine Zettelklebeaktion gegen diese Ausstellung wurde organisiert. Die Bevölkerung sollte sehen, dass es Menschen gab, die die Propaganda der Nationalsozialisten durchschauten. In der Nacht vom 17. auf dem 18. Mai 1942 klebten ca. Menschen in verschiedenen Stadtteilen Berlins Zettel. Sie tarnten sich als Liebespaare. Während sie sich umarmend an Hauswände, Bäume oder Litfaßsäulen lehnten, klebte einer von ihnen einen kleinen Zettel an. Elisabeth und Kurt Schumacher haben klebende Paare wachsam begleitet. Am nächsten Morgen lasen die Berlinerinnen und Berliner die zur Arbeit eilten. Ständige Ausstellung, das Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo. Wie lange noch? Diese Widerstandsaktionen erzielten viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und erreichten damit viele Menschen. Die Ermittlungen der Gestapo führten jedoch ins Leere. Die Gefahr für die Aufdeckung der Gruppe lauerte woanders. Denn das Sonderkommando Rote Kapelle arbeitete fieberhaft daran, die Berliner Gruppe über die abgefangenen Funksprüche aufzudecken. Mitte August 1942 gelang es, den Funkspruch mit den darin enthaltenen Namen zu entschlüsseln. Die Gestapo nahm die Beschattung von Harro Schulze Beusen auf. Von den Ermittlungen der Gestapo wiederum wusste man in Moskau nichts und die Bemühungen in Funkkontakt mit der Berliner Gruppe zu kommen wurden verstärkt. Die defekten Funkgeräte sollten durch neue ersetzt werden. Der sowjetische Auslands Nachrichtendienst setzte Anfang August zwei Männer mit Funkgeräten per Fallschirm ab. Einer davon, Albert Hössler, meldete sich bei Elisabeth Schumacher. Sie versorgte ihn mit Lebensmitteln und Kleidung. Er wohnte bei ihr in der Wohnung und in Kurz Bildhauer Atelier. Sie vermittelte den Kontakt zu Harro Schulze Beusen. Albert Hössler unternahm mehrere Funkversuche, wahrscheinlich auch aus der Wohnung des Schuhmachers. Er meldete nach Moskau, dass die Gruppe in Berlin beträchtlich gewachsen und sehr aktiv sei. Doch Ende August 1942 begann mit der Festnahme von Harro Schulze Beusen eine Welle von Festnahmen von über 100 Menschen. Am Morgen des 12. September klingelte die Gestapo an der Wohnung der Schuhmachers. Das war genau heute vor 82 Jahren. Elisabeth Schuhmacher wurde zum ersten Verhör in die Gestapo Zentrale in der Prinz Albrecht Straße 8 gebracht und am Abend in das Polizeigefängnis Alexanderplatz eingeliefert. Vielleicht schloss sich genau um diese Zeit abends die Zellentür hinter ihr. Es war eine Einzelzelle mit Tisch, Stuhl und Pritsche. Das elektrische Licht wurde aus Spargründen nie eingeschaltet. Es blieb kalt in der Zelle, das Essen war notdürftig und schlecht. Die Frauen waren allein mit ihren Gedanken, die sich um die Angehörigen draußen und die Verfolgten und die bevorstehenden Verhöre drehten. Elisabeth Schumacher machte sich keine Illusionen, sie rechnete mit dem Todesurteil. Von ihrer Mutter, Schwiegermutter, von ihrer Schwägerin Toni, von vielen anderen Verwandten wurde sie liebevoll mit Päckchen versorgt. In einem Brief vom 4. November 1942 schrieb Elisabeth Schumacher, dass ihr so wunderbar für uns sorgt, erfüllt mich mit Rührung und Dankbarkeit und aus jedem Ding, das ihr uns gebt, erkennt man so stark, wie liebevoll ihr bemüht seid und wie es euch gelingt, euch in unsere Lage hineinzuversetzen. Nur dürft ihr euch bitte, bitte meinetwegen nichts absparen. Ach, ihr Lieben, wie gern würde ich euch anders danken als mit solch kümmerlichem Brief und euch trösten. Das schwerste für mich ist, die Ursache zu so großem Herzeleid gegeben zu haben. Jetzt, wo ich die ganze Tragweite erkenne, vor allem für euch sehe ich recht das Unrecht ein, dass ich euch allen angetan habe. Aber ich bitte euch alle um das eine, schämt euch unser nicht. Ihr wisst, dass wir keine Untermenschen sind, dass wir, ihr kennt die Zusammenhänge nicht, unserer besten Überzeugung folgten, unter Hintenanstellung von Sicherheit, Ruhe und Bequemlichkeit. Dass ihr nun so schwer darunter zu leiden habt, ist für mich die härteste Strafe und trifft mich viel, viel schlimmer als mein eigenes Schicksal. Der Prozess vor dem Reichskriegsgericht vom 15. bis zum 19. Dezember war eine Farce. Die Todesurteile standen schon vorher fest. Am 22. Dezember 1942 wurden Elisabeth und Kurt Schumacher im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. Briefe und Fotos von Elisabeth und Kurt Schumacher wurden weitestgehend von der Gestapo und durch Kriegseinwirkungen zerstört. Das Bankguthaben, die gesamte Wohnungseinrichtung, alle vorhandenen Kunstwerke, das Bildhaueratelier, alles nahm sich der Staat. Es blieben kaum Erinnerungsstücke für die Angehörigen. Deshalb freut es mich besonders, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand das Manuskript in so ein wunderbar gestaltetes Buch mit vielen Abbildungen verwandelt hat. So werden Elisabeth und ihr Ehemann Kurt Schumacher als Menschen im Widerstand und auch in ihrem künstlerischen Schaffen gewürdigt. Dafür herzlichen Dank und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Applaus 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 Liebe Frau Ostheimer, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, für diesen bewegenden Vortrag, für diesen informativen Vortrag, der uns Elisabeth Schumacher noch einmal näher gebracht hat. Meine Damen und Herren, ich kann an dieser Stelle noch einmal sagen, das was ich vorhin schon gesagt habe, wenn Sie die ganze Geschichte interessiert, kaufen Sie das Buch, lesen Sie das Buch, lesen Sie es, die Erinnerung an Elisabeth und Kurt Schumacher, kann so lebendig erhalten werden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend unsere Gäste gewesen sind. Wer den Vortrag noch einmal nachhören und nachsehen möchte, kann dieses in wenigen Tagen auf der Webseite der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und auf dem YouTube-Kanal der Gedenkstätte Deutscher Widerstand für heute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Liebe Frau Oestheimer, noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie. Frau Oestheimer steht jetzt nach dem Ende der Veranstaltung gerne auch noch für einzelne Fragen von Ihnen im Einzelgespräch zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und denjenigen, die unsere Ausstellung über die Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus noch nicht gesehen haben sollten, bis Anfang November können Sie sich sie ansehen. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank. Applaus